Hallo mein Name ist Rachel Schneider und ich bin seit 2016 in der Volksbank Wien AG als Senior Financial Accountant tätig. Ich trinke meinen ersten Kaffee im Office und kann da noch in Ruhe meine Mails checken, bevor die ganzen Anrufe kommen. Vorhin habe ich eben auch ein Mail bekommen von den weiblichen High Potentials, ein Frauen-Netzwerk-Programm, wo ich auch drin bin. In diesem Programm möchte ich dazu beitragen, dass die Volksbank jünger wird und vor allem, dass Frauen auch in Teilzeit führen können. Ansonsten habe ich im Büro Calls und Webex mit den Verbundbanken in den Bundesländern, da wir als Zentralorganisation uns mit ihnen laufend abstimmen müssen. Bei den bereichsübergreifenden Projekten mache ich dann auch Ad-hoc-Show-Fixes mit meinem Team. Für mich war vor drei Jahren klar, dass ich in eine mittelgroße Bank wollte, in einer Bank, wo man sich kennt und wo auch der Vorstand seine Mitarbeiter kennt. Bei den Projekten ist man schnell auf Augenhöhe mit den Bereichsleitern und kann schnell Ergebnisse erzielen.